Gute Nachrichten für Goldanleger. Alle, die in physisch gedeckte Gold-Index-Produkte wie ETCs investieren, könnten eventuell die Abgeltungssteuer vom Finanzamt zurückfordern. Außerdem schauen wir auf den DAX, der den Rückwärtsgang durch die sich verschärfende Corona-Krise eingelegt hat. Wie könnte es da weitergehen? Kommen Einbrüche? Und wir haben zwei Top-Empfehlungen, das britische Pfund zum Brexit und Facebook. Das alles heute bei Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Es ist ein Urteil von großer Bedeutung für alle Goldanleger. Bisher galt ja, alle Gewinne auf physisches Gold und seit 2015 auch auf die Gewinne von Xetra Gold und Eubax Gold II sind steuerlich nach einer Haltedauer von 12 Monaten steuerfrei. Also es muss keine Abgeltungssteuer gezahlt werden. Der Bundesfinanzhof hat nun ein weiteres physisch gedecktes Gold-Index-Produkt von der Abgeltungssteuer ausgenommen. Denn börsengehandelte Index-Produkte, bei denen sich Anleger das Gold auf Wunsch auch liefern lassen können, seien steuerlich wie physisches Edelmetall zu behandeln. Mehr Konkurrenz ist auf dem ETC-Markt jetzt denkbar. Wenn das Finanzamt größere Beträge bei euch einbehalten hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das vom Steuerberater einmal prüfen zu lassen. Wir schauen gleich auf die Chancen beim DAX. Jetzt erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen bequem von zu Hause oder dem Büro aus verbessern wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsen Akademie. Die nächsten Termine am 18. November und 16. Dezember jeweils um 19 Uhr. Ein exklusiver Marktausblick mit dem Portfolio-Manager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf den kommenden Börsenmonat und stellt einige Strategien vor. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. 2019 haben die 30 deutschen DAX-Konzerne einen Gewinn von 80 Milliarden Euro verbucht. Für 2020 wird nur noch ein Gewinn von 60 Milliarden Euro erwartet. Aber Experten sagen, gar nicht so schlimm, auch wenn es ein Rückgang um ein Viertel ist. In anderen Krisen war das deutlich schwieriger. Und wenn das Frankfurter Börsenpaket mal auf die Nachrichten der Unternehmen schaut, Covestro, Daimler, Deutsche Post, Henkel, all die Nachrichten, die da vor den Quartalszahlen kommen, sind eigentlich recht positiv. Für den DAX ging es diese Woche trotzdem deutlich ins Minus. Die Corona-Krise mit einem Lockdown, ein möglicher No-Deal-Brexit und die US-Wahlen verunsichern weiterhin. Wie sollten sich Anleger jetzt am besten durch diese Zeit manövrieren? Dabei bleiben. Also definitiv. Jetzt kommt wieder mein Credo. Regelmäßige Aktiensparpläne. Jetzt lohnen sie sich. Jetzt sind die Kurse nicht mehr so hoch. Jetzt sollte man bitte auch jetzt einsteigen. Das Aufenthalt bringt ja auch längerfristig was, weil man dann ja auch diese unterschiedlichen Kurse rauf und runter für sich in der Vermögensbildung ausnutzen könnte. Und ich sehe nach wie vor keine Panik insgesamt für den Markt. Würde es dann jetzt, wo wir ja vielleicht ein bisschen jetzt dabei sind, einen Rücksetzer geben, kann man sich sicherlich schon mal seinen Lieblingen ein bisschen ausschauen. Ich halte eine Hightech nach wie vor für interessant. Und ich glaube auch, dass die Zykliker eine gute Zukunft haben unter der Bedingung, dass der Lockdown verhindert wird. Und es gibt ja auch nach wie vor keine Alternative zum Aktienmarkt. Ich mache es klastisch. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Zuerst Euro und britisches Pfund. Ja, kommt ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Ein No-Deal-Brexit würde große Unsicherheiten auslösen. Das spiegelt sich auch nur zu gut im Kursverlauf des Euro gegenüber dem britischen Pfund wieder. Die Experten der Trading House Börsenakademie sehen aber eine Longchance. Sobald ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 0,9161 Pfund vorliegt, steigen die Chancen auf einen Rücklauf. Bei fortgesetzter Aufwärtsdynamik könnten sogar noch einmal die Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 0,949 Pfund angesteuert werden, ehe wieder größere Gewinnmitnahmen einsetzen. Bis dahin scheint ein Long-Investment durchaus sinnvoll zu sein. Allerdings bleibt es vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien rein spekulativ. Schaut man auf den Kursverlauf der Facebook-Aktie, kann das den ein oder anderen Anleger schon zum Staunen bringen. Zwischen Mitte März und Ende August hat sich der Wert des Wertpapiers mehr als verdoppelt. Doch allmählich kommen Zweifel an der Rally-Fortsetzung auf. Deswegen sehen die Analysten hier eine Short-Chance. Für eine regelkonforme Aktivierung müsste erst die dazugehörige Nackenlinie um 256,80 Dollar nachhaltig auf der Unterseite verlassen werden. Nur hierdurch ließe sich anschließend Korrekturpotenzial auf bis zu 218,33 Dollar sehen. Das wäre durchaus ein handelbarer Short-Ansatz. Andernfalls dominiert noch immer der Aufwärtstrend und könnte oberhalb von 280,06 Dollar einen neuerlichen Test der Augusthochs hervorrufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei InsideMarketsX. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.